Also andere können das dann, glaube ich, aufheben. Genau, ja. Und ich meine, es hat auch keine Zeit, dass es dann irgendwann komplett weg ist. Nee, glaube ich auch nicht. Erst wenn die Mission vorbei ist. Ja. Aru, brauchst du Metall? Oh, Holz. Äh. Brauchst du Metall, Aru? Ähm, ich habe 789. Okay, also gebe ich dir mal 200. Geht ja so gut wie gar nichts. Hä, ich dachte es respawnt, wenn man da nochmal drauf geht. Liegt vor dir, Aru. Dankeschön. Oh, wir müssen einfach Stärker aufstellen. Das heißt, einmal abgebaut ist abgebaut. Oh, ist ja ätzend. Naja, du kannst ja in Missionen farmen. Ja klar, aber wenn du jetzt, ich zum Beispiel habe nur 210 Metall, hätte ich das jetzt nicht, okay, Metall kannst du eh nicht farmen, aber hätte ich jetzt keinen Stein mehr und hier ist kein Stein mehr in der Nähe, dann... Muss ich die Verstärker auch beschützen? Ja. Da sollten wir was drumbauen. Hast du jetzt einen Verstärker schon hingestellt? Ja. Aber sie muss halt noch das Sturmschild aktivieren. Ja, einfach nur E drücken, dann platziert er das. Ah, ich habe eine Tür reingebaut. Blas Beitrag. Ich glaube, ich habe ein paar Decken fallen noch, oder? Kann ich noch ein paar Boden fallen? Ja. Ich hätte noch ein Lagerfeuer. Ja, nimm es als Falle. Ist das wie bei Battle Royale, dass es dann Leben regeneriert? Ich nehme mal an, ja. Ich meine, macht ja sonst wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Heilt Verbündete in einem Bereich 3x3. Ist 9. Also quasi je Foundation drumherum. Hm? Genau, ja. Das müsste auch so hinhauen. Ja, Hilfe, Hilfe. Ja, Hilfe, Hilfe. Ach Gott, ich habe kaum noch Schuss. Doch craften kann man immer. Wir sind jetzt gerade bei Silbert zu machen beim Craften, ja? Genau. Ja, das ist das unten. Äh, kannst du mir so eine Drachenwaffe machen? Ja, aber die ist nicht ganz so gut, weil du musst, äh, die macht nur einen Schuss pro Klick. Also du kannst nicht bleiben. Ich finde die, ich finde die eigentlich ganz gut. Bloß, ich kann meine nicht mehr craften, weil ich da irgendwas für brauche, was ich nicht habe. Ähm, okay, pass auf, ich schmeiße kurz was raus. Nimm das bitte nicht auf, weil das ist nämlich die gebrauchte. Ähm. Ähm. Absetzen. Dann mache ich eben, ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich mache eben eine neue. Brauchst du noch Zeug dafür? Ähm. Nee, ist okay, ich habe das alles, ist, ist, ist. Vor allem die Waffe, die du da hast, die ist voll cool. Ja, die goldene Skade, aber die kannst du auch machen. Dankeschön. Die Sniper ist geil, weil, die macht ein Feuerwerk, pass auf. Es bleibt, es bleibt stecken dann eigentlich. Hm. Und explodiert später dann. Ach da, ja, cool. Eigentlich in die Masse reinschießen, ne? Ja, genau, ja. Ich glaube, ich habe meine in die Sammlung geschoben. Ich habe auch noch eine andere Sniper. Die ist Level 20. Hier liegt ne Waffe. Ne Waffe? Ach, ein Raketenwerfer. Die gerade gecrafted, brauchst du nicht, oder was? Die geht voll schnell kaputt. Ich habe mehrere davon. Ich kann nichts aufnehmen, von daher. So gut, dann nehme ich sie mal mit. Okay. Und auch nicht. Wie schnell geht denn die kaputt, Shadow? Gar nicht, weil die... Die geht nicht so schnell kaputt. Die ist ähm... Lila. Episch. Cool, du hast da sogar noch ein Schleifchen drum. Nur noch epische Wappen, nur noch. Ich habe keine anderen mehr. Die kann ich nicht kaufen. Die schafften wir, kann ich auch nicht kaufen. Das ist so clever, auch nicht. Wo halt Material, was ich nicht habe. Äh, was denn? Moment. Die komischen Batterien brauche ich. Was für Batterien? Achso, einfach nur Batterien. Batterien. Hier? Die? Ähm... Was ist das denn? Wisst du was? Wie das heißt? Ich sehe nur das komische Bild. Ach ne, Batterien hier hinten. Okay. Hm. Habe ich hier vor dich gedroppt. Das ist die Waffe. Kann ich dir sagen, ob das... Nein, das sind die falschen. Okay, dann. Du brauchst eine aktive Energiefelle. Du brauchst dann wahrscheinlich die hier. Ja. Da habe ich auch noch welche. 56 habe ich. Wie viel brauchst du? Warte mal kurz. Ähm... Ich brauche 65. 65? Ja. Das ist... Alter. Wie gesagt, die bisschen Waffen, die sind... Äh... Die eine, die ich hier habe, ist hochgelevelt auf... Elf. Und die eine sind auf zwölf. Ich glaube, das Hochleveln ist scheißegal. Die kosten trotzdem genauso viel wie... Äh... Außer du machst das auf eine neue Stufe. Ja gut, okay. Also, wenn du einen Stern dazu machst. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich das noch nicht freigeschaltet habe. Ja. Weil ich so weit in der Mission noch nicht gespielt bin in der Story. Aro, wie sieht es aus? Kann ich dir irgendwie helfen? Ähm... Ich... Ich baue nur ganz kurz. Ich bin gleich fertig. Kannst du die nicht aufheben, die Raketenwaffe? Hä? Wieso? Bei mir ist das Inventar voll, deswegen konnte ich sie nicht aufheben. Achso. Warte mal. Guck mal, ob ich irgendwie eine Falle oder sowas verwerten kann, aber... Pfff... Eigentlich schad drum. Ich habe 15 Heilpads. 15 Stück. Ja, die kannst du alle zerlegen. Naja, 1, 2, 3 behalten wir schon ganz gut, aber das Problem ist dann... Weißt du... Ist das Slot ja trotzdem belegt. Ähm... Na dann... Gib her, die gebe ich dir später wieder. Oder... Guck mal, ob du von Aro auf dein Lager zugreifen kannst. Oh, das stimmt. Das ist eine Idee. Ich habe ja noch Lager. Ich habe zwei. Ja, das geht sogar. Ja, das geht sogar. Dann tun wir mal ein paar Fallen noch weg. Welche Fallen habe ich denn? Noch seltene Fallen, die ich dann eh nie einsammeln werde wahrscheinlich. Ich habe 8000 Metall noch drinne. So tödlich mag ich es. So tödlich mag ich es. Oh, jetzt habe ich drei Slots wieder frei. Okay. Are you ready? Ja. Gut, dann machen wir das jetzt. Alles klar. Schildleistung steigt. Vier Wellen. Okay. Aus Süden. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Oh. Direkt ins Zermalma. Smasher. No wall is safe. Ja. Das stimmt wohl. Selbst Metall. Holen wir uns diesen Zermalma. Oh, das ist ja dichter. Das klingt aber weit nach vorne ausgebreitet so. Ja. Ja gut, die sind Level 5. Also die sind noch schwächer als die wir gerade eben hatten. Die Mission. Uh, das geht ja ab hier. Oh, ich treff nix. Oh, schön. Feuerwerk. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da bei denen, wenn die so ein Fass dabei haben, schieß einfach nur auf das Fass. Ja. Dann fängt das an zu brennen und dann explodieren die. Oh, das ist einer durchgekommen. Wie, einer durchgekommen? Ja. Oh ja, guck mal an. Hat er nicht aufgepasst hier, ha? Die kleinen finde ich nur ziemlich schwer zu trinken. Ja die kleinen Ätten, weil sie schnell rennen. Vor allem springen die auch zu dir. Ja. Willst du noch gleich zu Ende? Ja, aber vier Wellen kommen Achso Die Lage hat sich beruhigt Eine weitere Welle kommt bald Die Besten Besten, okay Ich bin gerade ein bisschen unscharf Unscharf? Ja, bei mir ist gerade ein bisschen unscharf Muss man das jetzt nochmal aktivieren? Ah, okay Ne, ne, da geht auch oben der Countdown runter Ich bin gerade ein bisschen Läuft doch ganz gut Ja, ist halt Level 5 Der niedrigste ist 19 bei uns Das ist halt doof, wenn einer von hinten die ganze Zeit jemand die Beute wegschießt Das stimmt, ja Ich finde aber Ninja als Klasse finde ich eigentlich ganz cool Ah, ich finde ich mag es nicht mehr Ich mag den Entdecker mit den Teddybären Ja, der Soldat, der hat halt so eine Gatling Gun Und so einen Auf dem Boden Smasher Und Granaten Und Granaten Wobei es kommt darauf an, welchen du nimmst Manche haben keine Granaten, die haben dann was anderes Die Granaten waren jetzt nicht so doll Zumal die erstmal rausfinden musste, wie man die wirft Die Lage hat sich beruhigt Eine weitere Welle kommt bald Äh, von überall oder wie sehe ich das? Ne, ne, äh, wieder von Süden Geh, ah, jetzt, okay Süden Ja, von überall wäre ein bisschen Bereite dich auf einen Angriff aus dem Sudan vor Oh, oh Jetzt kommt, jetzt kommen ganz viele mit dem Mit dem Spreng-Dings Jetzt musst du das, äh, Video muten Genau da Danke, Pla Bitte Wähle drei von vier Wir haben es ja gleich geschafft, Pla Ich mag die Baseballspieler nicht Nö, sowas hast du gegen die? Die schmeißen mit Knochen Haha Haha Wieder stehen bleibt und guckt Ne, der war sich jetzt unschlüssig von wegen her Warum bin ich nicht tot? Bei der Schwierigkeit von dem Level von den Gegnern Äh, ist es so, als ob du, äh, ein Sturmgewehr, ein Scharfschutzgewehr hast, echt Haha Ich mach jetzt meine ganzen grünen Waffen hier weg Weil ich will die nicht wegschmeißen Du musst die nicht wegschmeißen, sind die zu werden, kriegst du Material raus Ich meine, zwar nicht viel Nicht geiles, aber Verballer die jetzt halt Warum kriegst du wahrscheinlich Material raus, was du sowieso wegschmeißen würdest, wie Holzplanken oder sowas Ja, die brauchst du aber, um Fallen zu craften Ich find so viele Fallen, ich hab noch keine einzige Falle gecrafted bis jetzt Ja, ich hab zum Beispiel Skizzen für gelbe, weißt du? Ja, ich auch, aber ich hab trotzdem noch keine Zuhause Nein gut, später brauchst du es vielleicht Wenn du, ähm, wenn du halt fortgeschritten bist Aber bis jetzt Ich find es sowieso, ich mag es auch nicht, wenn, wenn das Zielfernrohr zu, zu weit zoomt Ähm, mach lieber so'n No-Scope, probier lieber so'n No-Scope Man hat ja eh das Fadenkreuz Genau Kannst du aber, glaub ich, auch ausstellen, das Fadenkreuz Wenn du reinzoomst, dann hast du nämlich zu wenig, ähm, im Blickfeld Im Blickfeld Aus Osten, oder? Ja Aber ich finde, die, die Reaktion hat sich ganz schön erweitert, also Ja, aber richtig viel, ja Gleich alles abfahren Bin schon dabei Lasst meine Bäume stehen Ich nehm da die Büsche Vielleicht noch ein bisschen Munition craften, dann kommen wir vielleicht noch auf, äh, auf Gold Jupp Jetzt müssen wir nur 75 Gegner töten Okay, ich hab nicht mehr genug, äh, Metall Jetzt kommt es aber ziemlich freiflächig, finde ich, das ist halt, ja Wenn du das alleine machst, wird es dann schon ein bisschen doof Ja, wenn du das alleine machst, ohne Freunde, oder ohne Leute Forever alone Alter, es springt ja weit Ja, noch drei, noch zwei, eins fertig Okay, das war ja schnell Ja Ich hab mal Aros Mine abgepumpt Ich hab Aros Mine leer gepumpt Tja, Aros, Pech gehabt Ja, ja, kaum lässt man die rein, weißt du Das ist schon gemein Warum gemein? Ja, weil die Mine, da sind Ressourcen drin, die sind schon Was ist denn nur Holz gewesen? Achso Ich dachte, da war vielleicht, ähm Ding drin, ähm, sag schon, äh, Kohle oder sowas, weil das ist schon selten Aber gerade so Level 5 Boilert nicht Achso, warst du noch nicht? Oh, guck mal, Level 5 warst du Wie überraschend Okay, die Frage Kann Äh, im Prinzip Perno und Shadow Ihr habt ja die Sturmschild-Verteidigung wahrscheinlich schon bis auf Level over 9000 gemacht Ähm, kann ich jetzt an den nächsten Missionen teilnehmen, auch wenn ich das nicht gemacht hab? Dann hast du wahrscheinlich aber keinen Fortschritt Das nehme ich, gell? Cool, achso Dann müssen wir das bei mir auch noch schnell machen, mehr oder weniger Die Frage ist, ob wir jetzt hier dann halt eine Aufnahmepause machen, oder ob man dann, äh Naja, können wir machen, ja Dann machen wir deins noch Und Shadow Dann fahr mich nämlich auch schnell noch dieses, es ist eine Falle zu Ende Mhm Und dann, ähm, ja, machen wir halt wirklich zwei schnelle Runden einfach so Ja Okay, dann, ähm, was ist es jetzt für diese Aufnahmesession? Und, ja Wir sehen uns dann demnächst, sag ich mal Ja, genau Ciao 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 Ciao